Jahresauftakt Misslung, naja so halb bei Wegberg Beek. Zwar gab es die knappe 0 zu 1 Niederlage bei Preußen Münster, aber gegen einen der Aufstiegsfavoriten, da kann man auch mal verlieren und wenn man es dann noch lange eng hält, ist das gar nicht mal so schlecht. Schlechter gegen der Platzverweis von Maurice Passage, der fehlt heute gegen die Zweitvertretung von Schalke 04. Die Jungknappen wollen mit dem Abstiegskampf, in dem sich Wegberg Beek befindet, am liebsten gar nichts mehr zu tun haben. Mit drei Punkten könnte man auf zehn davon ziehen, vor dem ersten Platz unterm Strich, so fängt Schalke dann eben auch an, mit Mut, mit Wille und mit guter Übersicht, die zum 1 zu 0 von Rufat Dadashov führt. Der Routinier bei den Jungenknappen, quasi der, bei dem die Rüstung schon die meisten Beulen hat, setzt hier als erstes ein Ausrufezeichen. Wunderbar in Szene gesetzt von Kerem Czalanolu. Wegberg also in Rückstand und das bedeutet laut Statistik, da kommen die nicht mehr von zurück. In dieser Saison noch nicht einmal. Und Jonathan Benteke, der Bruder von Premier League-Star Christian, mit der riesen Kopfballchance im letzten Spiel, hat er schon eine riesige vergeben aus ähnlicher Position. Weschenfelder-Sienzer scheitert beim Freistoß an Zabel. Der wird noch das ein oder andere Mal heute im Mittelpunkt stehen. Zabel mit einer starken Leistung ins Jahr gestartet. Und hier darf er schon wieder die nächsten Flugstunden für seinen privaten Pilotenschein sammeln. Schalke macht mächtig Druck. Wegberg B kommt kaum hinten raus, hat relativ wenig vom Spiel und hat ein Rezept, das funktioniert nämlich. Reingaben in die Mitte, wo Rufat Dadashov steht und trifft. 2-0 Schalke, wieder Dadashov Doppelpack. Und man merke, bei Wegberg fehlt eine gewisse Lernkurve. Denn wieder wird Dadashov komplett alleine gelassen im Strafraum. Hoffmanns Rettungsaktion kommt zu spät. Das ist nicht Regionalliga-tauglich. Was die Jungs in Rot da anbieten, zur Pause steht 2-0. Und zu Beginn von Hälfte 2 machen wir eine Exkursion in die WWE. Fair schmeißt Dadashov hier zu Boden. Dann gibt es den leichten Tritt und ruft Dadashov mit dem Takedown. Die Ringrichter, äh, pardon, Schiedsrichter geben Gelb für Dadashov und Glattrot für Jeff Dennis. Fair. Also, technischer K.o. für ihn und der K.o. für seine Mannschaft kommt kurz drauf. 3-0 Schalke 2. Nelson Amardin, der Niederländer über die Jugend von Fairnord, Rotterdam und dem FC Dothrecht. Zu Schalke gekommen hier im Fallen. Vorbei an Sabel, rein ins Netz. Die Geschichte damit jetzt eigentlich zu Ende erzählt. Aber nur eigentlich. Denn im direkt nächsten Angriff nimmt sich Kerem Schalanolu den Stift in die Hand und schreibt in die Geschichte einen Elfmeter rein. Weil er eben mit derselben schreibenden Hand den Ball spielt und so einen Elfmeter für Weg-Berg-Beg rausholt. Jonathan Benteke, der bleibt ganz cool. So viel Lässigkeit das nächste Mal auch gerne beim Kopfball. Dann hätten wir hier eine ganz andere Ausgangssituation. So ist es der Anschlusstreffer, der nochmal Hoffnung gibt für Weg-Berg-Beg. Benteke schickt Wienand in die andere Ecke. Und so muss noch ein wenig gezittert werden bei den Königsblauen. Doch nicht lange. Denn Bleron Kraschniki zeigt, warum er im Nebenberuf gerne Känguru wäre. Und wenn er so schöne Kopfbälle macht, dann könnte er dem einen oder anderen hier auf dem Platz noch etwas Nachhilfe geben. Gucken wir drauf. Kraschniki. Und jetzt start the engines. Da steht er in der Luft. 4-1. Dann auch der Endstand. Deutlicher Sieg für die Jungknatten, die Weg-Berg-Beg damit den Jahresauftakt so richtig versaut haben. Das ist Thorsten Fröhling. Aber egal. Ja, ich bin hoch zufrieden oder wir sind alle hoch zufrieden, dass wir jetzt das dritte Spiel hintereinander positiv gestalten konnten. Wenn man die Platzbedingungen hier sieht, ist ja klar, wir haben Winter, hat viel geregnet, dass man da das Fußballspiel nicht ganz so gut hinkriegt. Aber wir haben es versucht. Wir haben wichtige zwei Tore in der ersten Halbzeit geschossen. Dann kam die rote Karte für Weg-Berg-Beg. Und das ist dann immer schwierig. Denn auf einmal fangen sie an klein klein zu spielen, war nicht mehr so zielstrebig. Da hat mir das überhaupt nicht gefallen. Also, trotz des Sieges gibt es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial bei den Jungs von Schalke 04-2.